Mein Name ist Erika Wieser. Ich arbeite auch hier im Naturkindergarten Reisern. In unserer Ausbildung erleben wir auch die verschiedensten Materialien. Und auf dem Bauernhof war das immer schon so, dass im Winter dann auch mit der Wolle die Wolle verarbeitet worden ist von den Schafen. Und daher haben wir das natürlich auch im Kindergartenalltag. Und wenn man mit dem Wollvlies umgeht, dann braucht man natürlich die Kader unbedingt.